Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN-Unterhaltung. Ist Brad Pitt, 58, schlecht im Bett? Jahrelang galten der Schauspieler und Angelina Jolie, 47, als das Traumpaar in Hollywood. Die beiden lernten sich bei den gemeinsamen Dreharbeiten zum Film Mr. und Mrs. Smith kennen. 2014 heirateten Angelina und Brad schließlich. Doch bereits nach zwei Jahren war alles aus und vorbei, die Beauty reichte die Scheidung ein. Seitdem steht sich das Ex-Paar in einem unschönen Rosenkrieg gegenüber. Jetzt sind auch intime Details aus der Beziehung der zwei an die Öffentlichkeit gelangt. Nachdem bekannt wurde, dass Brad offenbar jemanden dartet, schien es in Angelina zu brodeln und sie revanchierte sich mit schmutzigen Details über ihr einstiges Liebesleben. Ein Insider verriet. Gut für den Gerdudeln. Danke. 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 Danke.